Willkommen zu einem neuen Part und hier ist das Passwort, das ihr euch sicherlich merken wollt. Wollt ihr sicherlich nicht, denn ich will's auch nicht. So, letztes Jahr, letztes Jahr, ja, letztes Jahr. Ja, mein Video ist schon so lange her. Nee, letzten Part haben wir das Aquatic Studio Bandit und das Fantasy Studio. Und Yako und Wako verloren, die ich mir jetzt wiederholen möchte in diesem Wasserturm. Okay, äh, nee, ich will das Ding schon mitnehmen. Hoja, hoja. Let's kill those Geiras. Butchers. Puff. Ja. Da gehen sie langsam weg. Da gehen sie jetzt weg. Aber die schreien nicht mehr. Warum schreien die nicht? Äh. Dann schreie ich jetzt einfach euch. Äh. 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 Nee, ich mach's nicht, das nervig doch zu sehr. Stell dir ein Schrein vor. Das hilft sicherlich, sich in das Spiel hinein zu versetzen. Ah, das Wasser. Der böse Mann mit seinem kalten Wasser. Und die Tauben. Und der Geier. Und der Wassermann schon wieder. Ich bin gleich ins Oben. Ich bin, ich bin, ich bin. Sicher. Und. Hoch geht's, hoch geht's, hoch geht's, hoch geht's. Und. Ich bin da. Ich bin da. Ja. Yay, wir freuen uns alle. Dicken Käse. Und hier waren sie, oder? Ja, da waren sie. Adventure Stage at me. Ich gehe mal auf Abenteuerreise. Yay, Abenteuer. Abenteuer. Affe. Affe. Abenteuer. Er wird tanzen, der Mamburgatora in der alten Steinzeit. Huah. Bigfoot? Ne, Gott. Godzilla. Oh, Godzilla. Godzilla. Ja, aber na so. Cool. Chuch ist eklig. Whah. Godzilla. Böse Godzilla. Böse. Äh. Oh! Ach wie geil! Wakus Gesicht! Platsch! Da war... Falsch! Jako Wako, ja genau! Ich meinte dort! Da war dort wohl Platz! Uah! Scheinlich müssen wir heute mit rechnen, dass ganz viele davon kommen. Jetzt kommt wieder... Uah! Ach der... 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 der ist ein bisschen eilig! Verpasst deinen Bus nicht! Alter, Bannanscheule überall! Bannanscheule! 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 Uah! Akroaffe! 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 Was macht der hier? Uah! Warum ist das Akro? Was hab ich dir getan? Geh weg! Oh! Ach der war das! Der sich in einen Hund verliebt hat! Ah! Oh, mi amor! Wie sieht der? Uah! Gold! Gold! Und... Eine Affenfaust! Will ich dir hin? Ja! Aber erst nachdem ich später weil ich... Liebe spielen! Und ich krieg dort wieder! Kein Spiel jetzt mit... Spiel trotzdem mit... äh... Jakob weiter, weil ich Jakob cool fand! Deal witzelt! Och man! Sehr blöd! Okay, jetzt geht's los! Ach, bist du niedlich! Guck, wo du so... Scheinlich werfen, oder? Ja, werfen! Cool! Waaah! Waaah, Affenpäuste! Iiii! Affen! Iiii! Ich mag Affen, aber... Iiii! Affenpäuste! So haarig! Soaaah! So brutal! Guck's los! Boah, dieses Geräusch ist erschrecklich von dem scheiß Helikopterding! Wieso ne... Wieso ne hier, äh... Ähm... Schreibmaschine? Nee, wo die ganze Zeit drauf umgehängert wird! Waaah! Die wollten mich packen! W-was? Nein! Kein... Kein Turm bauen! Das machen wir erst nach dem Kampf! Ihr drei, ihr seid schon, äh... solche Laufsuchen, ey! Oh, Alter! Hör auf mit dem scheiß Geräusch! Oh, ich bring dich um! Ist doch egal! Ich bring dich sowas um, aber... War's das? Ja! Stirb! Waaah! Ja, gut! So wollte ich's eigentlich dich haben, aber... Äh... Stirb! Gut! Wir tanzen in dem Wasser! Wir tanzen in dem Wasser! Wir tanzen nach oben! Oben? Oh! Ein Krokodil! Ist dann niedlich! Waaah! Ist dann niedlich! Oh, dann immer sie dich! Oh, dann immer sie dich! Ich bin schnappi! Das kleine Krokodil! Komm aus Ägypten! Das schlägt direkt am Nähl! Zuerst war ich in einem Ei! Denn fress ich Jakobak und das! So geht das Lied aber gar nicht! Ist mir egal! Waaah! Ähm... Da mich jetzt scheinbar ich um und lang möchte... Nein, das... Nicht! Ich muss die ganzen umlang! Am besten beim Wachmann! Da ist es sehr schön! Ja! Das spiel ich jetzt mit Wacko weiter! Und oben lang kann ich... Kann ich auch vergessen, oder? Oder? Ja! Das heißt, ich muss... Was soll ich jetzt machen? Durchs Wasser? Wo es Krokodil ist! Okay! Waaah! 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 Das war natürlich geplant! Ich meine natürlich... Ja! Genau so wollte ich das! Ich wusste nicht, dass das Wasser... Dass die Seerosen so Hüpfdinger sind! Das wusste ich natürlich! Ich meine... Wer schon mal in der echten Natur war, der weiß, dass jede Seerose automatisch so ein... Hüpfemännchen ist! Waaah! Aber... Krokodil sind es normalerweise nicht! Deswegen... Auf dem vielleicht lieber nicht rumspringen! Das könnte recht ungesund für einen ausgehen! Nur so ein Tipp von mir muss man nicht befolgen, aber... Ich würde ihn mir schon zu Herz nehmen! Waaah! Da ist es wieder! Und da ist... Da ist Dot! Äh, Dot war schon die ganze Zeit da! Ich meinte, da ist Jako wieder! Ich könnte jetzt tauschen, aber ich lasse es! Ich bin... Geschafft! Ich hab's geschafft! Du doofes Kuck! Waaah! 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 Das war... Let's nix! Yn! Ha... Ich hasse dieses winken! Nein! Ich hasse... Ich will auch winken! Äh, wink! Äh! Wink! Äh, tschüss! Äh! Ich gehe ja schon... J es in so ne... Kraka... Ja! Ich will auch winken! Wink! ocar du schaffst das sia auch, Dot! Ehhh!! Du kannst mich auch langsam mal. Aber ich bin ja gut im Schwingen. Hopp. Und weiter geht's. Hopp. Hopp. Hä? 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 Ah, naja! Hä? 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 War das gerade ein Hündchen? Oder was war das? Hallo kleines Mädchen? Was machst du denn da? Ja, guck nicht so. Aber gut. Äh. Na gut, äh. Ich glaube, gern geschehen, glaub ich mal. Ja, ich doch. Ich glaub schon, es hieß jetzt gern geschehen. Ich hab irgendwas gemacht. Ich weiß nicht was. Wo? Oh! Ich hab den Hund gehauen! Oh! Ich hab den Hund mit dem... Und dann hab ich... Oh! Das ist mir grad voll leid. Der zuckt sogar noch. Ja. Hä? Hä? Oh Gott. Ja, das denke ich auch grad dort. Tut mir voll leid. Ähm. Ich hole Hilfe. Ja. Ich glaub, wir werden ihn nie wieder sehen. Oh! Das tut mir grad richtig leid. Oh Gott. Ja. Gyana Jones. Jetzt grüßen. Wah! Typisch. Oh! Warte! Na! Beinah! Ich will nochmal hochlaufen. Komm. Ich will zeigen, dass es geht. Ah! Das ist so knapp gewesen. Ich frage mich gerade. Geht das? Ah, Mist. Okay, ich glaube, es geht nicht. Wow. Boing. Geld. Jako macht dich nützlich. Jako. Mach dich doch mal. Warte. So. Soll ich da reingehen oder... Soll ich da nicht reingehen? Wow. Ja, ich gehe da rein. Zieh für mich sicher raus. Oh, ein Dracula. Doch nicht sicher, wie ich dachte. Macht er irgendwas? Ja, er hat sich an. Schnell weg hier. Der sah mir nicht geheuer aus. Edward, ich bin's, deine Bella. Komm doch her. Was will ich jetzt hin? Okay. Eine... Eine Secret Door. Was? Ich bin jetzt verwirrt. Ich bin gerade voll verwirrt. Münzen. Wah. Schnell durch. Bin ich sicher? Oder? Nee, ich glaube, renn weiter. Ich glaube, ich bin nicht sicher. Bin ich sicher? Doch bin ich. Okay, ich bin sicher. Glück gehabt. So, geht's weiter. Ja, Guido. Schon mal runter. So, und jetzt warten und rennen. So, um dein Leben. Oder Geld ist. Oh, das ist Gold. Oh nein. Das war doof. Das war doof. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Es tut mir so leid. Ach, doch. Oh, doch nicht. Ja, das ist so Glück, ey. Oh, äh. Nein. 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 Ja, doch, doch, doch. Ja, dritte Tür. Die dritte Tür ist es immer, ey. Wah. Äh, unbequem Land, wo ich sagen. Geh weg. Ich will da rein. Folgte mir. Was? Okay. Dann. Okay. Drac- Drac- Wow, das war knapp. Dracular. Okay, jetzt machst du hier. Nein, ich hab Gold verpasst. Okay. Achso, jetzt machst du auch hier vorne. Was? Was? Jetzt machst du von da. Wieso machst du von da jetzt? Irgendwie so. Wow. Jetzt machst du von da. Okay, jetzt machst du von da. Oh, no. Jetzt machst du ja von hinten wahrscheinlich. Boah, du machst einfach gar nichts, weil du vor mir so ein Ding fliegst. Okay. Ich beschwere mich nicht. Meinetwegen. Ich hab 17 Konten. Kisten. Ah, wo kommt der jetzt her? Hilfe. Okay. Ich könnte hier vielleicht versuchen. Was? Wah. Jetzt verstehe ich, die Taktik mal anwenden muss. Ah. Ihr müsst wissen, ich hab, wie ich vorhin schon mal eine kleine Aufnahme gemacht. Da war ja Sound-Obsleise. Und da hab ich nur bis da gespielt. Und dann hab ich da 18... 18 Läden verloren. All mein Konten ist immer weg. Und ich hab nicht verstanden, wie es ging. Ich war am Verzweifeln. Der ganze Part wäre nur gewesen, wie ich mir sage. Hä? Wie so das denn? Was? Und dann? Was? Hä? Das wär so der ganze Part gewesen. Also... Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Kann ich was unternehmen. Aber wer kommt auf die Idee? Ich fang das und dann weg. Wer kommt auf die Idee? Aber das ist nicht gerade... Er hat sich bis hin gemerkt, ne? Das alles so ein bisschen gekünstelt war. Komm. Geht so. Ich hab euch reingelegt. Komm. Okay. Was heißt? Okay. Die Idee ist so wie cool. Nee. Wow. Da war er richtig schnell aber. Da hätte ich ihn gar nicht erst verarschen können. Da war er richtig, richtig, richtig schnell drauf. Ah. Vielleicht soll ich ihn öfter mal ein bisschen mit Zeit lassen. Und dann kann er... Dann kommt er nicht so schnell wieder. Ja, trotzdem... Auch wenn ich weiß, was ich machen muss, ist es schwer. Es ist schwieriger als gedacht. Das heißt, so einfach wird es für mich auch jetzt nicht. Ich werde trotzdem noch versagen und schreien und weinen und... Mich in die Ecke verziehen und heulen. Okay. Das letzte kann ich zwar nicht garantieren, aber ich werde es versuchen. Ich werde versuchen, für euch heute zu heulen. Weil ihr sicher gerne seht, wie ich heule. Oder? Komm, geht zu. Ihr liebt es doch, wenn ich leide. Aber das sind... So sind Zuschauer halt. Die mögen es, wenn man leidet. Das ist immer so. Ich bin so wieso alter YouTube. Mann! Jetzt war der Stein im Weg. Diese doofen Steine, ey. Man muss die im Weg sein. Das ist ein bisschen... Deprimierend. Wieso kann ich kein Stein sein? Ich will ein Stein sein. Wieso kann ich kein Stein spielen? Lass mich ein Stein spielen. Wako, Jako, Dot und Stein. Das wäre eine Kultserie. Wir könnten Figuren verkaufen, wir könnten Spiele verkaufen, wir könnten Comics verkaufen, wir könnten alles verkaufen. Wir könnten die Welt arm machen. Und uns reich. Ja, das könnten wir tun. Puff, tschüss. Wir könnten es natürlich auch lassen, aber... Ich weiß ja nicht. Sollen wir es lassen? Ich weiß ja nicht so. Lass mich mal hier fangen. So. Dann nochmal hier. Ich habe gesagt, ich tue so. Ich nicht, ich lasse mich fangen. Ich habe gesagt, ich tue so. Ich soll mich fangen lassen. Das heißt, du sollst mich gar nicht reinfangen, du doofer Polizist. Boah. Hör auf, deine Arbeit zu machen. Wie kann er das wagen, seiner Arbeit nachzugehen? Wie kann er sowas wagen, ey? Wer macht denn sowas? Wer macht ein bisschen seine Arbeit? Ist der krank? Darf er das überhaupt? Seine Arbeit machen? Ich meine... Das ist doch... Irrsinn. Ich meine, keiner macht doch heutzutage seine Arbeit noch. Oder? Weiß ich gar nicht. Also er soll es bitte sich nicht machen, weil ich... Äh... Doch schon ein bisschen davon genervt bin. Wenn er sie macht. Und warum fangen die mich immer? Wieso fangen die mich eigentlich immer? Was habe ich denen getan? Die haben noch Spaß haben. Und die... Machen da aus, nicht so ein großes Ding... Mh... Mh... Behalte die... Behalte deine Haltung. Bleib ruhig. Atme ein. Atme aus. Und schrei so laut du kannst. Ey, was willst du eigentlich noch von mir? Du bist eigentlich nur noch Deko. Du hast dich für sich einen Tod gekostet. Du bist eher so ein... Ja... Doch. Du bist Deko. Sieh es ein. Du bist Deko. Du bist ein Dekobaum. Sogar ein Dekobaum würde mir mehr Probleme bereiten. Oder ein Stein. Siehst du ja. Ein Stein macht mir sogar mehr Probleme als du. Und dir auch, wie es aussieht. Steine for the win. Mann, ey. Krieg ich das kalte Kotzen bei. Wenn Leute nicht wissen, wo die Plätze sind, ey. Schrecklich. Okay, jetzt springt er mal. Mach jetzt mal das hier so. Okay. Beim letzten ist er extrem schnell. Muss ich... Muss ich beim letzten einfach hochspringen? Oder muss ich beim letzten auch wieder antäuschen? Die ersten beiden Male gehen jetzt langsam. Aber der letzte macht mir doch ein wenig Kopfchen zerbrechen. Aber ich hab ja noch 17 Continues. Die scheinen irgendwie nicht leer zu gehen. Nee. Gehen die auch nicht. Ich krieg immer wieder neue. Ich hatte auch schon vor vier Versuchen und die 17 Continues. Ich krieg mit jedem Versuchen ins einen neuen. Oh, wow. Das war grad sehr viel Glück. So, ich lass mich jetzt erstmal hier fangen. Da. So. Dann jetzt hier. So. Jetzt ganz nach vorne. Und scheint. Nee. Doch. Und die ganze nach vorne. Springt der immer, bevor er mich fängt? Oder bilde ich mir das grad ein? Weil ich glaube immer, er springt, bevor er mich fängt. Das heißt, wenn ich jetzt hier schon anfange, dann springt er dann schon. Das heißt, dann wird er vielleicht langsamer. Es wäre ein Versuch wert. Es wäre ein Versuch wert. Ich habe mal die Chancen. Ich habe ein neues Continuum. So, jetzt aber. Okay. Jetzt geht's um alles. Das erste Mal hier. Ja, er springt immer, bevor er mich fangen möchte. Das heißt... Okay, es ist jetzt, wenn ich jetzt hier instelle, springt er schon und fang mal hier. Oh, er ist weg. Oh, er ist weg. Ich habe mich... Ich bin losgeworden. Ich bin loa. Hallo? Das hat man nicht so assi. To the moon! Wee! 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 Was ging hier jetzt ab? Oh, ne, ich verarsche. Das musste doch kommen, oder? Was? Der Mond? Kommt! Der Mond kommt näher. Soll das so sein? Das war gerade der Mond. Exit? Was? Exit? Kein Bosskampf? Ne. Anscheinend kein Bosskampf. Okay. Dann habe ich gerade die Adventure besiegt. Okay, cool. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag oder was auch immer. Ihr glaubt habt, wenn ihr es guckt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!